Aber dafür passen keine ID-Karte. Da können die Kinder auch Geld Zeugner holen. Gut. Das ist aktiviert. Info letzten Tag, da startet alles mit, was da im Hotel geht und gibt. Nicht schlecht. Das kommt nochmal, oder? Ja, in echt bestimmt. Ja, das kommt nochmal an. Das kommt noch ein bisschen aus. Das kommt noch ein bisschen aus. Das kommt noch ein bisschen aus. Hallo. Ja, wir haben noch ein Blöck. Ja, ja. Da hast du noch nichts, oder? Ich muss das einfach mal sehen. Hinten Ich habe mir das Gefühl, dass ich mit dem Mikro gesagt habe, dass das eigentlich eine normale Kamera ist. Das kann schon sein, dass die noch besser aufmachen und machen von den Lichtern her, aber ich sage, für Actionfälle ist es ja kleinhandlich. Das muss man schon sehen. Ja. Was ich auch hier mit meinem Elfogos und Ultraweitwinkel und die Japaner, die machen ja überall im Zeissabjektiv. Das ist sowieso einer. Ja. Die sind jetzt eine super Referenz. Da kann ich ja nichts verkehrt machen. Ja. 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 Und das kann hier verreicht haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020